Effekte Damit wir auf dem gleichen Stand sind, starten Sie bitte Ihr PR5X neu und setzen Sie den Crossfade Slider zurück, indem Sie ihn etwas bewegen und dann nach links schieben. Das PR5X enthält eine üppige Effektsektion. Es gibt vier Hauptgruppen. Die EQ-Klangregelung der Parts, Insert- und Master-Effekte, Finalizer- und Final-Mastering-Effekte. Wie Sie wissen, gibt es zwei simultan verfügbare Player. Für beide stehen separate Effekte zur Verfügung. Gleiches gilt für die jeweils verwendeten Keyboard-Sets. Die Spuren des Player 1 zugeordneten Styles oder MIDI-Files sowie die Keyboard-Sets verfügen jeweils über einen separaten EQ. Zusätzlich stehen für Player 1 noch 10 Insert-Effekte zur Verfügung und weitere 10 für Player 2. Player 1 und 2 bieten außerdem jeweils drei Master-Effekt-Blöcke. Die Effekte der Player nennen wir die Effektgruppe A. Darüber hinaus gibt es Finalizer-Effekte, einen Equalizer und einen Limiter für jeden der beiden Player. Die mit den Playern verknüpften Keyboard-Sets bieten ebenfalls eine Klangregelung und Effekte. Genauer gesagt gibt es drei Insert-Effekte sowie drei Master-Effekte jeweils für das eine und das andere Keyboard-Set. Die Insert- und Master-Effekte eines Keyboard-Sets werden intern als Effektgruppe B bezeichnet. Schauen wir uns zunächst die Klangregelung an. Springen Sie zur Funk-Blues-Kategorie, Seite 1 und drücken Sie Slap-Funk. Drücken Sie Exit. Drücken Sie Menu, Mixer-Effekte und dann hier, um die separaten EQs aufzurufen. Aber 1, 2 und 3 sowie Lower des Keyboard-Sets und die vier Pad-Phrasen bieten jeweils einen separaten Dreiband-EQ. Drücken Sie hier, um die Style-Spuren aufzurufen. Auch diese Spuren verfügen über eine Dreiband-Klangregelung. Die FX-Gruppe enthält zwei verschiedene Effekttypen. Insert- und Master-Effekte. Ein Insert-Effekt bearbeitet das betreffende Audiosignal jeweils komplett. Genau wie ein Effektpedal ein Gitarrensignal bearbeitet. Drücken Sie den Insert-FX-Reiter. Wie auf der EQ-Seite wählt man hiermit abwechselnd die Pads und Keyboard sowie die Style-Spuren. Wählen Sie hier Pads und Keyboard. Es stehen drei Insert-Effekt-Blöcke zur Verfügung, die man Upper 1, 2, 3 und Lower-Fry zuordnen kann. Man kann zum Beispiel alle drei Insert-Effekte Upper 1 zuordnen, jeweils einen für Upper 1, 2 und 3 verwenden und so weiter. Um einen Insert-Effekt zu wählen, aktivieren Sie ihn, drücken Sie hier und dann hier. Die Insert-Effekt-Algorithmen sind in mehrere Kategorien unterteilt, die Sie links sehen. Drücken Sie Filter, wenn Sie einen Filter-Effekt benötigen. Ich werde jetzt Stereo-War-Auto-War wählen. Drücken Sie Exit. Jetzt wird die Editierseite für den Effekt angezeigt. Exit. Drücken Sie hier, um zu den Style-Spuren zu springen. Hier können bis zu zehn Insert-Effekte simultan benutzt werden und wie bei den Keyboard-Sets kann man sie frei zuordnen, allerdings kann jede Spur maximal drei Insert-Effekte ansprechen. Die Zuordnung, Anwahl und Editierung entsprechen den vorhin gezeigten Arbeitsweisen. Das Drum-Kit stellt eine Ausnahme dar. Drücken Sie das Drum-Kit-Symbol hier. Die Sounds der Drum-Kits sind zu Familien zusammengefasst, also Bass-Drums, Snares, Toms und so weiter. Insert-Effekte bearbeiten jeweils eine Familie. Ich kann also zum Beispiel auf alle Snare-Drums aus der Modulator-Kategorie einen Stereo-Flanger legen. Pro Familie können maximal zwei Insert-Effekte verwendet werden. Die zehn gleichzeitig verfügbaren Insert-Effekte werden geteilt. Ich kann also zum Beispiel hier vier Effekte benutzen, Exit drücken und die verbleibenden sechs Insert-Effekte auf die übrigen Style-Spuren verteilen. Die Master-Effekte funktionieren etwas anders. Sie werden zu den trockenen Signalen der gewünschten Spuren hinzuaddiert. Mit den Send-Reglern kann man einstellen, wie viel vom Effekt zum eigentlichen Sound zugefügt werden soll. Ein Klavier kann also zum Beispiel Dezentverhalt werden, die Bassgitarre gar nicht und die Streicher können viel Hall bekommen. Wechseln Sie zum Master-Effekts-Reiter. Diese drei Master-Effekte der Gruppe A stehen für die Style- oder Midi-File-Spuren und die Pads zur Verfügung. Und diese drei Master-Effekte der Gruppe B sind für die Keyboard-Set-Pads. In diesem Fall ein Reverb- und ein Chorus-Effekt. Das aktivieren die Anwahl und die Bearbeitung der Effekte entsprechen der Arbeitsweise für die Insert-Effekte. Wechseln Sie zum Master-Effekt-Send-Reiter und wechseln Sie die Ansicht von Style zu Pads und Keyboard. Mit dem Send von Master-Effekt 1 bestimmt man, wie stark Upper 1 mit Hall versehen wird. Mit dem Send von Master-Effekt 2 stellt man den Chorus-Anteil für Upper 1 ein. Zurück zum Master-Effekt-Reiter. Der Style spricht alle drei Master-Effekte an. Wechseln Sie zum Master-Effekt-Send-Reiter und wechseln Sie zur Style-Ansicht. Die drei Send-Regler über den Style-Spuren regeln den Anteil für den jeweiligen Master-Effekt. Mit dem Symbol über der Schlagzeug- und Percussion-Spur springt man zu diesem Fenster. Hier werden die Send-Regler für die Schlagzeugfamilien angezeigt. In der Regel werden zum Beispiel zwar Snairs mit Hall versehen, aber eher selten Bass-Drums. Drücken Sie Exit. Wechseln Sie zum Finalizer-Reiter. Hier stehen ein programmierbarer EQ und Limiter für einen Style und seine vier Pad-Phrasen oder einen MIDI-Song zur Verfügung. Das Keyboard-Set wird nicht an die Finalizer-Effekte gesendet. Mit diesen Effekten kann man das Signal entserren und bei Bedarf druckvoller machen. Dahinter befinden sich dann noch die Mastering-Effekte der Audio-Ausgänge. Das sieht hier zwar wie ein simpler Vierband-EQ aus, aber wenn man hier drückt, erscheinen zahlreiche Parameter. Für jedes Band kann man die Frequenz, den Cue, also die Breite des Bandes und die Anhebung oder Absenkung einstellen. Bass- und Höhenband können eine Kuhschwanz- oder Glockencharakteristik haben. Außerdem stehen Hoch- und Tiefpassfilter zur Verfügung. Die Effekte haben einen warmen, analogen Sound, der durchaus studiowürdig ist. Drücken Sie Exit. Diese Einstellungen werden gemeinsam mit dem zugehörigen Style oder MIDI-Song gespeichert. Drücken Sie Exit. Schließlich gibt es noch die Max-Audio-Mastering-Effekte der Firma Waves. Drücken Sie auf Settings und dann Waves. Diese Effekte befinden sich ganz am Ende der Signalkette, unmittelbar vor den Audio-Ausgängen und sind das Sahnehäubchen des PR5X-Sounds. Es gibt zwei Hauptsektionen. Ein 7-Band-EQ und Master mit augenscheinlich simplen Bass-Treble, Stereo- und Volume-Parametern. Die beeinflussen jedoch eine Vielzahl an Aspekten, um einen hochkarätigen Sound zu erzielen. Für EQ und Master gibt es Presets, die man als Ausgangspunkt nutzen kann, aber es können auch eigene Einstellungen gespeichert werden. Drücken Sie Exit.